Du willst wissen, was man unter Konditionen einer Baufinanzierung versteht und wie du dir diese am besten sichern kannst? Genau das kläre ich heute in diesem Video unserer Serie BaufiBasics. Vielleicht ist sogar der eine oder andere Tipp dabei, wie du dank guter Konditionen richtig Geld sparen kannst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu BaufiBasics von Interhüb. Mein Name ist Jessica und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Bevor wir richtig einsteigen, würden wir uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Mit unseren Videos wirst du innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Baufinanzierungsprofi. Konditionen. Erstmal ein sehr sperriger Begriff, aber im Grunde ganz einfach und schnell erklärt. Konditionen sind die Bedingungen, zu denen dir ein Darlehensgeber einen Kredit bereitstellt. Dazu zählen in der Regel der Darlehensbetrag, der Sollzins und der Effektivzins, die Dauer der Zinsfestschreibung oder auch die Zinsbindung, die Höhe der Tilgung oder auch der Tilgungssatz und die Sondertilgungen. Ich erkläre dir in diesem Video grob, was hinter den einzelnen Begriffen steckt. Reicht dir das nicht aus, dann kannst du gerne bei unserer Playlist BaufiBasics vorbeischauen. Dort gibt es zu beinahe jedem dieser Begriffe ein eigenes Video, das noch viel mehr Details für dich parat hat. Let's go! Die Konditionen, für die du dich am Ende entscheidest, bilden die finanziellen Rahmenbedingungen deines Darlehens. Damit beeinflussen sie deine monatlichen Raten und die Gesamtkosten deines Darlehens. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Einzelbestandteile. Der Darlehensbetrag ist die Gesamtsumme des Darlehens, das du aufnimmst, um eine Immobilie zu finanzieren. Unter Sollzins versteht man den Zinssatz, der berechnet, was du rein an Zinsen für das geliehene Geld an deinen Kreditgeber zahlen musst. Der Sollzins stellt aber nicht die gesamten Kosten dar, die du auf dein Darlehen zahlen musst. Deswegen ist auch der effektive Jahreszins ein wichtiger Faktor bei der Betrachtung der Konditionen. Er fasst nämlich nicht nur die reinen Zinskosten zusammen, sondern integriert auch weitere Kosten. Einfacher Merksatz hier, der Sollzinssatz entspricht der Kaltmiete, der Effektivzinssatz, der Warmiete inklusive aller Nebenkosten. Auch die Dauer der Zinsfestschreibung, auch Zinsbindung genannt, ist eine wichtige Größe. Damit wird bestimmt, für wie lange du dein Darlehen zum vereinbarten Zins abbezahlst. Der Tilgungssatz legt fest, wie viel Geld du monatlich zur Tilgung deines Kredites zurückzahlen musst. Dazu kommen dann zusätzlich die Sondertilgungen. Damit kannst du freiwillig, sozusagen auch mal zwischendurch und unabhängig von deiner monatlichen Rate, Teile des Kredites zurückzahlen. Okay, wir wissen nun also, welche Konditionen besonders wichtig sind. Natürlich gibt es noch einige mehr als die, von denen ich euch eben erzählt habe. Aber wir möchten uns auf die wichtigsten Faktoren konzentrieren. Wie bekommst du nun die besten Konditionen und musst am wenigsten zahlen? Das kann man zwar nicht pauschal beantworten, aber jedes der genannten Elemente hat unterschiedlich starken Einfluss auf die finale Gestaltung deines Darlehens. Ich möchte dir einige Tipps mit auf den Weg geben, wie du da am meisten rausholen kannst. Tipp Nummer 1. Hab einen genauen Überblick darüber, wie deine finanziellen Möglichkeiten aussehen. Wählst du eine Darlehenssumme, die du mit deinem Einkommen nicht stemmen kannst, dann wirst du entweder sehr schlechte Konditionen oder möglicherweise auch eine Absage bekommen. Grundsätzlich gilt, umso weniger Risiko für den Darlehensgeber, umso günstiger fallen die Konditionen für dich aus. Tipp Nummer 2. Vergleichen, vergleichen, vergleichen. Darlehensgeber bewerten das, was du mitbringst, teilweise sehr unterschiedlich. Fällt bei Anbieter 1 zum Beispiel die Haushaltsrechnung sehr positiv aus, dann kann das bei Anbieter 2 auch schon ganz anders aussehen. Daher lohnt es sich auf jeden Fall, verschiedene Angebote einzuholen und diese miteinander zu vergleichen. Nur so findest du das, was am besten zu dir und deinem Vorhaben passt. Tipp Nummer 3. Überlege genau, welche Sondertilgung und welche Tilgungsrate für dich Sinn macht. Kreditgeber verlangen für eine höhere Sondertilgung meist auch einen höheren Zins. Eine höhere laufende Tilgung belohnen die Kreditinstitute dagegen meist mit einem besseren Angebot. Du musst also abwägen, welche Rate du langfristig tragen kannst und auch möchtest. Möglichkeiten zur Sondertilgung bringen in jedem Fall mehr Flexibilität. Du solltest aber nur dann mit einem höheren Zinssatz dafür bezahlen, wenn du sie dann auch wirklich nutzen kannst. Du also zum Beispiel mit Überschüssen, aus Weihnachtsgeld, Boni oder auch mit Erbschaften rechnen kannst. Tipp Nummer 4. Auf den Zins kommt es an. Natürlich nicht ausschließlich, aber es spielt eine maßgebliche Rolle. Grundsätzlich gilt, je kürzer die Zinsbindungsfrist, desto günstiger auch der Zinssatz, den die Bank anbietet. Eine lange Zinsbindungsfrist macht das Darlehen teurer als eine kurze, aber das Risiko der Zinsänderung sinkt. In jedem Fall kann ein Finanzierungsberater oder eine Finanzierungsberaterin berechnen, wie hoch die Zinsen steigen müssen, damit etwa eine 15-Jahres-Kondition günstiger ist als der Zinssatz für 10 Jahre. Tipp Nummer 5. Kreditgeber haben Wünsche. Vielleicht erfüllst du aber auch einen davon. Eine gute Schufa, keine Probezeit mehr bei deinem Arbeitgeber oder ein hoher, fester Gehaltsanteil spielen dir auf jeden Fall in die Karten. Mit diesen Voraussetzungen reduziert sich in den Augen vieler Finanzierungsgeber das Ausfallrisiko für deinen Kredit und du kannst somit auf bessere Konditionen hoffen. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video viele deiner Fragezeichen beim Thema Konditionen aufklären. Du hast trotzdem noch Fragen? Dann bitte ab damit in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, schau gerne auf unserem Kanal vorbei und lass auch gerne ein Abo da. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.